Willst du so brezelig fliegen? Nein. Bonjour Leute und brezelig willkommen zu diesem neuen Video aus Danle. Wir sind jetzt wieder auf dem Bellograd in eine richtige Bäckerei und Laden zu uns. Morgen holen und auch noch essen für die restliche Woche. Gestern hat uns noch der Hafenwärter bzw. einer von Le Boat angerufen und gesagt, der Kanal wird irgendwann geschlossen und wir wissen noch nicht wann. Heute fragen wir dann, wenn. Wir müssen zurück sein, dass wir da nicht eingeschlossen werden, also zurückbekommen. Ich verstehe, was du durchfälligst. Ich verstehe, was du durchfälligst. Bleib ein weiterer Nacht. Und ich weiß, dass es nicht zu lang ist. Wir machen Dinge richtig. Du musst einfach in die Hoffnung glauben. Ich verstehe, was du durchfälligst. So Leute, dort vorne sind sie am Besprechen, was jetzt passiert mit uns. Sie wollen den Kanal schliessen, warum auch immer. Ja, ich weiss, dass es peinlich ist. Aber ich habe kalt. Und ja, ich sollte nicht noch kränken werden, als ich bin. Wir haben heute beim Abkonturblatt. Ja, das ist so. Und wir wissen jetzt nicht, ob wir hier durch die Schliessen oder ob wir zurück umdrehen müssen oder ob wir überhaupt noch zurückkommen. Ja, das stellt sich noch raus. So, da fahren gerade alle Schliessenwärter an uns durch. Ja, wir müssen umkehren, wie ihr gesehen habt. Ja, nur schau. Ist egal. Jetzt fahren wir dann woanders durch. Heute fahren wir ein bisschen schneller als normal. Weil er auch gesagt hat, wir müssen eigenes... Also wir sollten von vorte... Wer von vorte, wenn wir heute Abend in Mijenne sind. Was wir jetzt innerhalb von zweieinhalb Tagen gemacht haben an einem Tag. Aber es ist ja noch relativ... Ja, okay, es ist schon halb elf hier. Aber wir können bis am sieben fahren. Leute, von zwölf bis eins machen wir jetzt die Mittagspause. Und wir sind um fünf vor zwölf hier bei der Schliessen gewesen. Also wir hätten die noch machen können. Aber wir haben dann gesagt, ja nein, scheisse drauf, wir sind eh nicht mehr gekommen. Jetzt ist es schon zwölf, äh eins gewesen. Niemand da. Jetzt können wir schön warten. Der Wahre-D Recreation. Niemand da elect der fetten links. Niemand da dah getойдet. Nический Tag fürs 16- Igp user. Niemand da. Niemand da hat. Bain r es das. Niemand da hat her. Niemand da chat kadar alles有點 sitzen. Niemand da غ even sus SMS ki. Niemand da terrorist n anatках. Niemand. Dément limpieza. D guitars auf die anderen. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Don't worry about that, but wait Hey, one more night Let's make things right Hey, one more night Let's make things right You just have to believe in faith Let's make things right Let's make things right Let's make things right Let's make things right Let's make things right